Wie viele Schuss hat man mit dem Kanadwerfer? Nein, glaube ich. Nein, aber trotzdem. Egal wo er jemand ist. Da ist ab jetzt der Kanadwerfer verboten. Außer für ne witzige Szene. Da ist ab jetzt der Kanadwerfer verboten. So klingste! Och nö, warum glitscht man als Fest? Alter, gibt's aber auch mal Items in die man sich verwandeln kann? Kann mich jemand retten? Ja, aber ist auch unter der Map oder so halb. Nö, nö, aber trotzdem ist es irgendwie doof. Kommt alle. Kommt alle her. Ich versteck mich jetzt getarnt als etwas, was ihr nicht erwartet. Leute, ich stand gerade am Spawn hinter euch. Als alter Mann. Oh. Alter. Da ist der Flasche! Shit, Alter. Ich treff noch nicht, nein! Ich treff nicht! Du, das warst du in der Flaschenschube gelernt hast. Wir haben ihn kaputt geboxt, diesen... Ich bin Frank! Der eine heißt Adi, ich weiß nicht. Warte mal, lass ihn laufen, lass ihn laufen. Dankeschön! Lass ihn noch ein bisschen, lass ihn noch ein bisschen mit ihm spielen. Ja, voll die Hetzjagd eigentlich. Lass ihn noch mit ihm spielen. Oh, mach's für ne Kurve. Ich seh dich noch. Nein, ich bin unsichtbar. Warte, ich tarn mich perfekt. Einen von denen ist es schon los geworden. Ich tarn mich perfekt. Mich ist er los geworden. Oh. Ihr werdet mich nie finden. Bist du dir sicher? Ja, warum? Weil ich mir nicht sicher bin. Oh, nee. Oh. Manu, du guckst in den Raum rein. Also, du musst dich am besten irgendwo anders. Fast is me right now. Okay. So wär's richtig. Ja? Mhm. Wo ist der Bruder? Ja. Ah! Was war das? Ich bin ein Fisch. Ich schwimm. Warum kann mich denn keine... Ja! Ich bin ein Brett. Das Brett steht aufrecht? Ja! Die Kacke war denn mein Geschäft die ganze Zeit. Sieht das scheiße aus? Hä, wo ist der? Ich hab mich verloren. Ich bin oben. Da ist ne Leiter nach oben gewesen. Ja, ich war ja noch bei dir, aber dann... War ich behindert. Ah, ich komm nicht hoch, ey. Ich bin so'n schönes Brett. Man nennt mich ja Brett Pitt. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, wo seid ihr? Ich warte jetzt zwei Minuten an dem Ort hier. Hä? Von wo? Was? Ist das direkt neben dir? Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ich sag' hallo und ich warte jetzt zwei Minuten hier und ich... Okay. Ja, kann ich ja nix tun, wenn du cheatest und nicht unsicher bist. Ich komm' aus. Häcker. Okay. Okay. 3... 1... 2... Wir finden euch. Boah. Ich fick' euch. Ich fick' euch. Warte. Wir müssen das ganze strategische angehen. Ja, hallo? Du bist unser Freund. Ach, dahinter. Hallo, Tate. Hallo. Manu hat gesagt, du bist unser Freund. Ich wollte immer an den Arschloch ficken. An? Ja. Ja. Okay. Wenn Taddle, äh, wenn Adis letzte Mal das Auto war, dann ist er jetzt bestimmt das Graffiti hier. Nee, okay. Du bist so ein Tupco... Da hab ich dich richtig gut reingelegt. Ja. Ach. Alles einfach zu gut. Äh, da ist ein Stuhl! Nein, das ist kein Stuhl. Das ist ne... Da hinten ist auch einer! Wuhuu! Flasche. Eine kleinere Flasche. Und auch auf die Flasche zu schießen, wenn... Wenn... Alter, wenn die kaputt geht, zersplittert und Leute in die Flasche abdrehen... Oh, Falschan! Weißt du, wie gefährlich das ist? Du kleine Scheißwurst. Ich krieg' dich scheiße. Ich bin eine Gullyabdeckung, Marc. Man braucht mich noch. Hey, wie lange lebst du? Man braucht mich noch. Ich bin eine Gullyabdeckung. Was warst du verkleidet? Meine Packung Nudeln. Ach, am Anfang bist du mit mir zu denen. Sie wär' ins Vorn gelaufen. Nudeln. Hä, 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 hä. Ich bin die Obernudel. Ur, Ur, Milch, Milch, Ur. Ur! Ur! Ich bin eine Wurst. Ich will euch bitten. Oh, ja, ja, ja. Oh, Art, Art. Ja, ja. Ich werde euch finden. Hä, 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 hä. Ist euch nicht dein Ernst, Alter? Oh, ach, hä, hä, hä. Warum das küsst mich am Fuß, Alter? Alter, ich kann da durchgucken? Was? Warum kannst du hier durchgucken? Alter. Das ist richtig eklig. Wird das cool, wenn ihr mich von außen sehen könntet? Ach, schon. Da ist eine Flasche. Direkt von der BAMON Station. Alter, ich wollte grad Rätsel machen, mit denen sie mich dann finden können. jetzt hast du alles kaputt gemacht du wirst noch nicht wo so eine Bandonn Station ist guck mal da du mach mal ein Rätsel ja jetzt ist es zu spät oh da ist einer, hey, wer bist du denn da hinten, hallo Zombie Maude, du mach mal ein Rätsel Zombie steht direkt auf mir ja mach mal ein Rätsel, Maudeardo ich bin an der Straße auf dem Beton und bei mir kann man Zettel kaufen krass, oder? ein Ticketautomat oh ja da ist die deutsche Flagge das ist was Manu gerade gesagt hat ein Pilon, oder wie heißen die? ja, Pilonen nein, nicht schießen, nicht schießen ich hab Frauen und Kinder Alter, wie kann man nur so gewissenlos sein hast du gesagt, dass du eine Frau wollte ich, dass du stirbst ok, ich hab nur Kinder ich will deine Kinder, Maudeardo aber du musst die Kinder dann auch nicht kennen die müssen so von ganz vielen Frauen sein, von denen du Kontakt abgebrochen hast geil dann bist du ein Ehrenmann wir spielen auf dem Server wir spielen auf dem Server wir spielen auf dem Server ok, war richtig Nachricht guck mal, da ist ne Flasche boah richtig weit weg geflogen Aua Aua was war das denn? Leute wo bleibt ihr? die machen grad Unfug am Spawn ich warte aber auf euch, ich vermisse euch ich vermisse euch Freunde holt die mir auch noch ein Ticket? du warte ich komm schon zu dir pass auf Manu er klettert grad, ne Tatteln rennt grad die Leiter hoch er will durch die Lüftung Schächte oh oh ein Daumenkopf hm warte jetzt nur ab nehm ich mir einmal den Drumtopf dann mach ich dich aber kaputt ha hehehehe Flaps aber ich hab meetings he ja weil ich hab sce eh mann han das war arci ich na ja das war o-Saft wer o-Saft hat mich auch umgebracht веч warte ich ich warte Fuck hatte ich hab Frau und Kinder nie Ich will dich schießen. Das ist was ganz anderes. Ich wollte dich nur von deinem Leid erlösen. Und du erschießt mich einfach. Hast du euch. Okay, versteh ich. Lass mal ne andere Map machen. Lass eine andere Map. Ihr ist nicht gleich eh Mapwechsel oder sowas? Weiß ich doch nicht. Ja, ihr gleich dürft mir Mapwechsel sein. Ich werde euch nun suchen, denn das ist mein Job. Ich werde euch nun töten, denn das ist mein Job. Ich werde euch nun töten, denn das ist mein Job. Und ich werde gar nichts machen. Ich überlasse alle Aufgaben euch. Denn das ist mein Job. Oh, was ist denn das da? Ich bin einfach über dir aus der Decke gefallen als alter Mann. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dich. Boxt dich kaputt, ey. Arschloch. Ich mach Schluss mit dir. Ich mach Schluss mit dir. Ich glaube wir haben ihn gefunden. So, du bist halt eben auch irgendwie eine andere Flasche über den Weg gelaufen. Die habe ich getötet, das haben wir auch da, du. Tja, aber ich lebe noch. Ach der Manuel ist also noch unterwegs. Ja, ja. Der sogenannte. Mann ist bestimmt in der Garage. Uel. Ja. Der Garage-Uel. Garage-Uel. Gargamel. Ja. Ich such grad auch in der Garage, Sommer. Keine Sorge. Drei, zwei, eins. Ich hab ihn gesehen. Ich stand... Hier wo ich jetzt stehe, glaube ich. Ich lauf weg, ich lauf weg. Ja, hier stand ich. Ungefähr. Hm, was ist denn da hinten los? Ah, hier da oben. Hier sind Magier unterwegs, glaub ich. Kommt her in Schlumpfenland. Jo, wie längst mit der ist. Kriegsbeam? Ja! Richtig robuster Kerl, Alter. Wollt ihr trainieren? Hi. Oder bist du Piccolo? Dann hast du dich wieder mit dem Gott funktioniert. Oder bist du Cell? Und hast sie 17 aufgeschlüpft. Kann man das Geld sein? Aufgeschlüpft? Nee, das Geld ist zu klein, hab ich gerade probiert. Ja, sofort probiert das Geld zu sein, ne? Hm, direkt probiert das Geld aufzuheben. Geldgeil. Weißt nicht. Du bist das, was du isst. Geld. Moment. Ich könnte schwören, dass das Geld gerade bewegt hat. Ja, weil ich den geballert hab. Achso, okay. So darf ich schon nach. Irgendein Gegenstand. Irgendeiner. Irgendein Gegenstand in dieser Welt. Willst du nicht fliehen? Es gibt doch Fallschaden. Ja. Ich weiß, dass du ein Gegenstand bist. Äh, nicht? Warum krieg ich dann keinen Schaden? Der ist Sand. Der ist Sand. So. Aber wir brauchst ja dich zu verstecken. Ich bitte dich, so wie die anderen. Wie dein Freund. Das fängt. Ich bitte. Ich bitte. Adi? Siehst du mich? Mhm. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Siehst du mich? Mhm. Ha! Mach keinen Scheiß, Adi. Adi, wir wissen, dass du da bist. Adi, ich kenn deinen Geruch. Ah. Du hast grad gesagt, du siehst... Hinter dir Taddel! Hier oben, hier bin ich! Hallo! Guck mal, hallo Adi. Welche Flasche ist jetzt ich? Warte. Die eine, die Sache ist, dass du stehst, die andere liegt. Echt? Ja. Verdammt. Bei mir saß ein bisschen anders als... Wo denn? Was machen wir jetzt? Wir können das auf unterschiedlich im Lagerhaus... Oh Gott, kommt mir noch, wenn das so weiter geht... Ach nee, da war eine Flasche, jetzt ist er weg. Echt jetzt? Ja, er ist einmal um den Container gerannt und damit ausgedrückt. Richtig bescheuert. Wir müssen ihn pflegen. Heee! Das ist wie mit einem behinderten Vogel, den man auf der Straße findet. Bleib stehen! Wir müssen keine Angst vor uns haben. Wir sind die Liedi. Hier, komm! Komm her! Du wirst nie wieder hungern. Bleib stehen! Wirst du die Patrone? Ah, ich kann nicht abschießen! Wo ist er hin, Alter? Ah, nein! Jetzt habe ich abgedrückt! Peng! Peng! Also, wenn ich auf der Straße liegen würde und hätte so ein Problem und dann kommen so drei Kerle mit Waffen... Wer hältst du dich? Wer hältst du dich? Wer hältst du dich? Ich schieße die ganze Zeit länger auf den Boden, da würde ich mich total freuen. Mist. Wer hältst du dich an?